Hallo Leute, hier ist wieder euer Toso, schön, dass ihr bei mir vorbeischaut und wir machen jetzt weiter bei unserem letzten Schnitt. Das war ziemlich abrupt und ich möchte mich dafür entschuldigen. Danke für die vielen Zuschriften, es war extrem cool von euch zu hören und ich werde versuchen, mich an eure Vorschläge zu halten. Also, da sind wir wieder. In der alten Stadt, bruchgelandet und der geht schon wieder. Ja, schon wieder die Übersicht verloren. Alter Toso. Es kann schon einmal nicht falsch sein, alles zu sammeln, was es zu sammeln gibt. Wir schauen uns halt einmal um. Wir betrachten das Level, die junge Dame steht da vorne. Ja, dort kann sie stehen bleiben, bis wir hier fertig gesammelt haben. Die läuft schon wieder davon. Also Sammler und Jäger, ja, ja. Schöner Baum, wirklich. Ob das eine Eiche ist? Hahaha. An old Syrian oak down in New York City. Ja. Mag nicht zu sein. Gut. Warte. Was denn? Die Straße ist vermint. Ich muss einen anderen wegfinden. Ich glaube, ich kann da was machen. Folge mir. Hey. Ja, dann folge ich dir auf den Fuß. Merk dir wie schon nichts. Wissen Sie die Libellen? Du musst mir eine fangen. Vorfahrts in Tafel, redest du da? Ich befehle es dir nicht. Ich bitte dich. Die Zweige sind ziemlich hoch. Wie wär's mit der Leiter? Wenn du mich hochhebst, könnte ich sie für dich runterbefördern. Du meinst, ich soll eine der Libellen fangen? Ich glaube, da kacken wir extrem ab. Bitte lass mich doch da auf die Leiter. Ja, schön. Komm, Junge. Ja, ich weiß. Ich kann sie sehen. Ich bin noch nicht blind. Ach, Gott, verdammt. Halt still. Komm schon. Komm schon. Ja, puh. Verdammt auch mal. Sei voll nicht. Sei voll nicht. Du nimmst mir nicht mehr oder fliegst mir hoffentlich nicht mehr vor. Komm. Ja, und? Ah, jetzt geht das auf einmal. Ja, du fiese Steuerung. Ich spring einfach schon mal. Ich spring dich um. Ja, und jetzt? Wo war ich denn da? Ja? Kinder, sag mir. Na, was für ein Tag. Ah, doch, ja. Hast du sie schon gefangen? Nein, nein, noch nicht. Wo ist sie? Komm. Ich hab sie. Ja, schau. Bring sie hier runter. Ja, Leute, also wir sind da jetzt extrem über Hindernisse gesprungen. Das war ja wirklich schön. Also, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich bin begeistert. Und was mir noch auffällt, ist, dass ich schon anfange, mich mit diesem jungen Athleten zu identifizieren. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir haben Third-Person-Shooter. Äh, Action-Adventure. Als Kind habe ich immer mit Libellen gespielt. Du nicht? Nein, ich hab sie zerquetscht. Sie haben einfache Sensoren entwickelt, um Energiequellen aufzuspüren. Hm, ziemlich primitiv, aber für unsere Zwecke genügen sie. Ist das cool. Halt still. Das wär's. Sie wird jetzt Daten direkt an dein Stirnband senden. Sie hat ein Kamera- und einen Sensormodus. Und? Probier's aus. Ja? Folge mir! No. Ja, schau, schau. Cool, das Ding. Ja. Ja, ist ziemlich cool. Kannst du mich durch die Minen führen? Ich kann nicht sehen, wo sie sind. Ja. Dann trage ich sie doch durch die Minen. Ja. Ja. Also, die Musik ist ziemlich nervenaufweilend, würde ich sagen. Das heißt, dass jetzt bald wieder was Schreckliches passiert. Ich kenne mich doch. Bei anderen ist es oft zu ruhig und dann passiert es und hier glaube ich ja fast, dass das der Gegenleiterfall ist. Und trage ich dich jetzt durch die ganze Stadt oder wie schaut das aus? Ja, sagst du so. Du hast ja auch nicht gehen müssen. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Mach besser noch einen Scan. Wir haben hier ein Problem. Da sind überall Minen. Gehen wir zu dem Gebäude. Gehen wir zu dem Gebäude. Ja, und das heißt jetzt, Rätselraten. Ja, ich glaube, das dürfte in ihr Garten sein und wir werden da von Max überfallen. Gehen wir zu dem worthyerem. Vielen Dank.